Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuschauer, hier wieder zum weiteren Lesen des Neuen Testamentes in der Bibel, hier im ersten Korintherbrief in Kapitel 8. Da sind wir angekommen und ich lese wie immer den Text vor und erkläre auch zugleich den Inhalt. Wir legen los mit Vers 1. Vers 1 schreibt Paulus, betreffs aber der Götzenopfer, in Klammern die Tier-, die Speis- und die Trankopfer der Heiden, die sie also ihren Göttern opfern, wissen wir, dass alle Erkenntnis wir haben, also Menschen gibt es, die im Glauben sind, die erkennen etwas. Und dann gibt es Menschen, die sind auch Gläubige des Inhaltes des Neuen Testamentes, die Gläubigen erstmal der frohen Botschaft, die Neugläubigen, denen fehlt es an Erkenntnis, die müssen daran noch arbeiten. Die beschreibt hier Paulus und die spricht er hier auch an. Es geht also um den Zustand, dass Menschen hier in Korinth, das ist ja nicht in Israel, sondern irgendwo in Griechenland, dass dort immer noch Menschen vorzufinden sind, die ihren Göttern opfern, in Tempeln, ja, der griechischen Götter, die dort lebten, ja, von der Bevölkerung her, die dort lebt, die machen das dort. So wie man auch Israels, den Gott Israels geopfert hat mit Tier-, Speis- und Trankopfer, ja, Wein, Fleisch, Kornspeisen, darum geht es hier, ja, die Götzenopfer, Dinge, die den Götzen geopfert werden, die man normalerweise auch selber isst, ja, Tierfleisch, ja, und auch Kornspeisen und auch Wein als Beispiel. Ja, da kann man natürlich noch das Öl mit hineinnehmen, aber wir bleiben mal bei Wein und Korn und Fleischprodukte von reinen Tieren. Hier sagt Paulus dazu, die Erkenntnis, also die, welche haben über diese Sache und sie auch verstehen und richtig anwenden, über diejenigen, ich nenne sie jetzt mal Christen, wird gesagt, die Erkenntnis der Christen oder der jener Christen, sie bläht auf, aber die Liebe baut auf. Also es mag ja schön sein, dass ein Christ etwas erkannt hat, was auch richtig ist, was er da erkannt hat, im Gegensatz zu einem anderen Christen, der das noch nicht erkannt hat, was der andere Christ aber erkannt hat in dieser Sache, und zwar wie man mit den Götzenopfern umgeht, die dort auf dem Fleischmarkt angeboten werden, bei Gastgebern, wie auch immer, findet sich das ja vor, dass da irgendwie Zeus geweihter Wein, Zeus geweihtes Brot, Zeus geweihtes Fleisch als Beispiel, ja, zu kaufen gibt, damals in Korinth. Und Paulus macht klar, das Erkennen dieser Dinge, wie man damit umzugehen hat, das mag dir helfen und dir mehr Freiheit geben, aber einen anderen, wie gesagt, nützt es noch nichts, der diese Erkenntnis nicht auch hat. Und daher kannst du dich damit aufblähen, guck mal, ich habe das erkannt und der andere nicht, sondern Paulus stellte gegenüber die Liebe, wo er sagt, die Liebe ist hier höher zu werten als die Erkenntnis. Heißt dementsprechend, ich gehe mit Christen, die diese Erkenntnis nicht haben, liebevoll um, anstatt mit meiner Erkenntnis hier aufzubrotzen. Denn die Liebe, so sagt Paulus, sie baut auf, ja, also sie hilft dem Gegenüber voranzukommen. Vers 2, wenn aber jemand meint, etwas zu erkennen, bisher noch nicht, auch nicht eines, er hat erkannt, gemäß man es erkennen muss. Also jetzt spricht er die Christen an, in Korinth, die das schon verstanden haben mit den Götzenopfern, ob das nun dort lebende Juden sind, die wahrscheinlich nicht hier gemeint sind, die er anspricht, die an Jeschua glauben, das Neue Testament, sondern um Heiden, die neu zum Glauben gekommen sind, an den Inhalt der Bibel, Altes und Neues Testament. Ja, und die selbst mit der Erkenntnis, die sie nun haben, sollten über die Götzenopfer, ja, sagt Gott, Erkenntnis ist ja was Gutes, aber wenn du dich falsch verhältst gegenüber einen anderen Glaubensbruder, ja, dann kriegt man selber damit Probleme. Das haben wir schon im Römerbrief behandelt, ja, und dementsprechend sagte Paulus, dass wenn du die Erkenntnis hast, wie man mit Götzenopfern umgeht, ja, pass auf, dass du auch mit Liebe und ordentlich gegenüber den anderen Glaubensbrudern wandelst, weil dann hast du wirklich es erkannt. Wenn aber nicht, du hast zwar erkannt, was mit dem Götzenopfer zu tun hat, aber nicht ordentlich mit dem Glaubensbruder, Glaubensschwester umgehst, dann, ja, hast du eben noch nicht so erkannt, wie man es erkennen muss, ja. Ja, da bist du also von Gott aus gewertet wie jemand, der nichts erkannt hat. Ja, Vers 3. Aber wenn jemand liebt den Gott, dieser ist erkannt worden unter ihm. Heißt, ich liebe meinen Bruder, das ist das Ziel, ich liebe auch Gott und wenn ich ja Gott liebe, dann halte ich mich an seiner Anordnung und liebe dementsprechend auch meinen Bruder und falte mich dementsprechend so. Wie jetzt zum Beispiel mit dem Götzenopfer. Tue ich es nicht, dann habe ich hier als Beispiel Gott nicht geliebt, weil ich ja nicht auf Gott höre, wie ich mit meinem Bruder umgehen soll, also hat mich Gott auch nicht erkannt. Ja. Ich kenne dich nicht, weicht von mir und so weiter. Diese Dinge sollten ja auch bekannt sein aus Matthäus Kapitel 7. Vers 4. Betreffs der Verspeisung nun, der Götzenopfer, also das Einnehmen dieser Dinge, ob nun Fleisch oder Kornprodukte, ja, möglicherweise auch den Wein, ja. Wissen wir, dass auch nicht eines ist, der Götze. Also Paulus beschreibt an die Christen, die es schon erkannt haben, dass diese Götzen, also diese Skulpturen, die da als Götter in Tempeln, Statuen angebetet werden unter den Nationenvölkern, damals noch mehr als heute, heute gibt es das noch vermehrt in Indien, im asiatischen Raum, womöglich auch in Südamerika, vermehrt, dass das in Erscheinung tritt, wie auch hier, jetzt hier als Beispiel gegeben. Und Paulus macht dir klar, dass diese Dinge ja an sich keine Macht haben und dass das letztendlich nur Abbilder sind, die sich Menschen gemacht haben durch Inspiration von Dämonen, ja, die sich denn da vielleicht für die Götter ausgeben und die Menschen dann diese Dämonen anbeten und denen, also denen opfern, so beschreibt es auch die Bibel, ja, im Neuen Testament, dass sie letztendlich nicht Göttern opfern, sondern Dämonen opfern, die sie als Götter betrachten. Vielleicht geben die sich sogar selbst als Götter aus. Ja, vielleicht, weil die Menschen es wollen. Was? Ich wollte mich als Götter anbeten? Gut, dann sind wir Götter. Gott hat bestimmt nichts dagegen, wenn der Mensch dort in die Irre geführt wird, wenn er nicht nach der Wahrheit suchen will. Das hat auch wieder mit himmlischen Gesetzen zu tun. Paulus macht klar, das gibt, also diese Götzen haben keinen Wert, weil es gibt nur einen allerhöchsten Gott, ja, und der Rest sind Engel, Geister sozusagen, die ihm untergeordnet sind. Und daraus sind dann auch später Götzen entstandener Nationenvölker. So, also auch nicht eines ist der Götze in der Welt, auch dass es nicht einen, Moment, auch dass es nicht einen andersartigen Gott gibt, wenn nicht nur der einen. Es gibt nur den Gott Israels, den Gott Abrams, Isaks und Jakobs. Alle anderen Göttervorstellungen in der Welt, wie gesagt, sind ausgedacht, auf Verrücktheiten, Inspiration, geistigen Inspirationen entstanden, durch Satan und die Dämonen, die Engel Gottes, die von Gott abgefallen sind, die dort sich sozusagen zu den Göttern denn gemacht haben, oder anders gesagt, die Menschen haben diese dann als ihre Götter angenommen, weil sie mit dem Gott Jakobs, Gott Abrams, Gott Isaks nichts zu tun haben wollten oder sich verführen lassen haben, wie auch immer, in ihren Sünden und sich dann ihren einen Gott suchen, wonach es in ihren Ohren juckt. Vers 5 Und gewiss demnach, wenn zwar sie genannt werden, Götter, also diese Götzen und die Wesen, die dahinter stehen, es sei im Himmel oder auf der Erde, die einen glauben, ja, die wandeln da unten, die wohnen unter der Erde oder auf der Erde oder im Himmel, aus Sicht, wie die Nationenvölker halt ihre eigenen Wesen dort anbeten, dienen und so weiter. Und die werden hier beschreiben, sie werden genannt, Götter, wo sie sich auch befinden, im Himmel oder auf der Erde, ebenso wie es sind viele Götter und viele Herren. Ja, das könnte man so hieraus unterschiedlich interpretieren, was Paulus damit sagen möchte. Er will entweder sagen, ja, es gibt viele Wesen, die kann man auch als Götter betiteln, sie sind aber dem einen Gott untergeordnet, sie haben nicht die gleiche Macht wie der allerhöchste Gott, sie sind also schwächer, wenn man es mal so sagen möchte, dass auch hier diesen Titel Götter, Psalm 82 gibt das ja auch wieder, oder war es 86, ich glaube es war 82, ja, ich habe gesagt, ihr seid Götter, dass auch hier dieser Titel Gott, Götter, ja, schon der ein oder andere da draußen hat. Zum Beispiel kann man interpretieren, die Bibel im zweiten Korintherbrief, dass Gott, das Satan, der Gott dieser Welt ist. Ja, so kann es halt viele Götter geben in gewissen Positionen, aber sie sind nicht gleichzusetzen mit dem allerhöchsten Gott. Und viele Herren, ja, dass sich hier Menschen vor allem auch zu Herren machen, was auch okay ist, wenn sie Sklaven haben unter sich, Mägde, Knechte sind sie unter dem Herrn, den Menschen. Man kann hier aber auch andere Herren haben über sich, die einen übergeordnet sind in der Welt, das kann es auch geben. Ja, so wie Jesus ja auch ein Herr ist, ja, der Herr über uns, ja, die wir zwar seine Brüder sind im Glauben, die Christen, aber er ist dennoch uns zum Herr gesetzt. Ja, ist also nicht gleich Gott zuzuteilen, dieser Titel, es sind zwei verschiedene Titel. Einmal kannst du den Titel Herr haben, ja, du kannst ein Herr sein über einen Sklaven, du bist dann aber nicht automatisch der Gott über diesen Sklaven, ja, und hier, wie gesagt, der Titel Gott. Wie gesagt, dass hier das herausgestellt wird von Paulus, es gibt ja diese Titel, Herr und Götter, die man im Himmel und auf Erden gewissen oder auch geistigen Wesen wie Engel überstülpen kann, und dass das vielleicht auch so legitim ist, ja, das stellt er damit hier parat. Oder aber er will damit halt nur anmerken, dass es hier viele gibt, die sich Götter nennen, aber doch gar keine sind. Ja, oder auch Herren nennen, aber gar keine sind. Ja, auch diese Auslegung ist bekannt im Christentum. Also da sind die anderen Götter da, Zeus und Odin und wen es da noch gibt. Diese sind aus Sicht der Bibel, wenn überhaupt, entweder, wie gesagt, sind es ausgedachte Götter, die es gar nicht gibt, oder Menschen, die auf irgendwie psychosomatischen Trips waren in den letzten 6000 Jahren, haben sich irgendwie da, ja, so eine Götter eingebildet, oder die Dämonen haben dort ihre Spielchen gespielt, die Engel, die von Gott abgefallen sind, die sich zu diesen Göttern gemacht haben für diese Völker, ob das Odin, Zeus oder halt, egal, Allah oder wo auch immer, Götterglauben existieren, ob polytheistisch, hinotheistisch, monotheistisch, davon gibt es ja viele in der Welt, ja. Aber so sagt dennoch hier Paulus, es gibt nur einen Gott, und das ist der Gott Abrams, Isaks und Jakob. Man könnte auch heute sagen, es ist der Gott der Bibel. Das heißt, der Gott des Alten und des Neuen Testamentes. Der Gott des masoretischen Textes des Alten Testamentes auf Hebräisch und zu Teilen Aramisch und im Neuen Testament die Textus Rezeptus Tradition in Altgriechisch in der Ursprache. Das ist der Gott, der in diesen Schriften berichtet wird. Nicht in Übersetzung unbedingt, da kann vielleicht Gott schon wieder falsch erklärt sein, ob das Deutsch, Englisch, Französisch, Türkisch, Arabisch ist. Ja, das gilt immer zu prüfen, ob dann das ordentlich übersetzt wurde, die Ursprachen. Das sollte immer ein Experte in einer Gemeinde machen können, um das zu prüfen, weil es nun mal sehr viel auf falsche oder schlechte Bibelübersetzungen gibt, aus dem Hebräischen oder auch aus dem Altgriechischen. Daraus besteht ja hauptsächlich die Bibel. Ja, also jedoch nur für uns einer Gott ist, der Vater, aus dessen die Dinge alle und wir für ihn sind, sozusagen. Also es gibt nur einen Gott, das ist unser Vater, das ist auch der Vater von Jesus, der allmächtige Gott, der ganz, ganz oben sich befindet in der Hierarchie. Ja, und durch ihn, also nicht durch ihn, aus ihm, wie es der Herr ist, oder von ihm, sozusagen ist das alles gegeben, ist das alles möglich. Durch ihn ist das alles möglich, was wir sehen im sichtbaren und unsichtbaren Bereich sich befindet und man sehen könnte, wenn man es denn sehen kann. Ja, so, und wir für ihn und einer Herr ist, Jesus Christus, durch dessen die Dinge alle und wir durch ihn, in Klammern, sind. Ja, also es gibt auch diesen Titel Herr, den wir vorhin angesprochen haben, in Vers 5 am Ende, dass es hier um den einen himmlischen Herrn geht, weil es kann also auch um irdische Herren gehen, aber hier geht es jetzt um den himmlischen Herrn und das kann es auch in Religionen geben. Da gibt es manche Religionen, die sagen, ich habe einen Gott und dann habe ich noch einen Herrn, ja, der ist ein bisschen untergeordnet dem Gott, aber auch noch übergeordnet mir, ja, vom Titel her. Und so ist das hier natürlich auch gegeben, dass Jesus hier als Beispiel genannt wird, ne, weil es ist ja der einzige himmlische Herr, den wir haben, ja, zumindest deutlich, deutlichen Ursprungs, so nenne ich es mal, ja, der auch göttlicher Natur ist. Und, ja, und das sollte halt einem Christen halt bekannt sein, dass man halt die anderen Herren, ob das hinduistische Götter sind oder hinduistische Herren, buddhistische Herren, was auch immer, dass die alle keinen Wert haben, ja, himmlischerseits. Einer Herr ist Jesus Christus durch, ne, und durch ihn sind diese ganzen Dinge, ne. Der Vater stellt alles zur Verfügung in Kraft und Macht und Möglichkeit, und der Sohn Jesus Christus bekommt vom Vater diese Dinge und durch ihn werden dann diese ganzen Dinge getätigt, ja, erschaffen, getan, Jesus kam auf die Erde, wurde Mensch, ja, alle Möglichkeiten nimmt der Sohn Jesus Christus, der Herr, für sich in Betracht und hat sie auch die letzten 6000 Jahre ausgeführt und wird sie noch weiter ausführen, bis 7000 Jahre rum sind. Ja, durchdessen die Dinge alle und wir durch ihn, in Klammern, sind, versiehen, jedoch keinesfalls in allen die Erkenntnis ist. Jetzt spricht er alle Christen an und sagt, da haben nicht alle diese Erkenntnis, dass es nur ein Herr gibt und ein Gott und, wortwörtlich, ja, selbst heute nicht, im Verhältnis, was ist nur mit den anderen Göttern und Götzen und Herren und was auch immer, ja. Und die spricht er ja an zu der Zeit vor 2000 Jahren in Korinth, in Griechenland. Einige aber, das Gewissen, oder die Wahrnehmung kann man auch übersetzen, des Götzen, also so wie sie die Dinge sehen, sie kommen aus der griechischen Kultur, sie haben gestern noch Zeus angebetet und andere griechische Götter und andere griechische Herren als ihre Obrigkeiten betrachtet in der himmlischen Welt, in ihren himmlischen Sphären, wie sie dachten. Und jetzt sind sie aber Christen geworden. Und dann ist das halt in deren Kopf immer noch so drin. Zeus und die anderen Herren, ich kenne jetzt keinen Herrn im griechischen Götter, Olymp oder wie auch immer, mag es da auch geben, bin da kein Experte. Aber das Gewissen oder die Wahrnehmung des Götzen, was sie noch im Kopf haben, diese Neuchristen, bis jetzt, wie Götzenopfer sie es essen. Also Korn und Brotspeisen, die vom Götzenopfer, Kaufmarkt oder Tempel gekauft oder genommen werden. Und das ist nicht gut. Man soll ja kein Götzenopfer essen. Sagt die Bibel auch ganz klar, Postgeschichte 15, 21. Es gibt viele Stellen, wo darauf Bezug genommen wird, dass man nicht so einfach, oder man darf prinzipiell, wenn man sagt, das ist Götzenopfer, also mit den Göttern der Heiden verbunden, rituell gesehen, dann darf man das nicht essen. Hier gibt es jetzt welche, die essen das. Essen dieser Dinge ist grundsätzlich jetzt nicht verboten, dieser Produkte. Aber wer sie als Götzenopfer isst, der hat schon ein Problem. Ja, und da gab es einige. Gewissen, wie gesagt, ist schwach. Also sie sind noch nicht stark genug, das alles so verstanden zu haben, überwinden zu haben, das alte Leben, die alten Denkmuster, die heidnischen Denkmuster, muss erstmal alles bei den einen oder anderen verarbeitet werden. Und es wird befleckt. Ja, also das Gewissen ist befleckt. Mit dem Hintergrund, du ist es als Götzenopfer und nicht als nicht existierende Götzenopfer. Das ist das Beispiel daran, was demjenigen gegeben wird, der erkannt hat, dass es diese Dinge gar nicht gibt, wie man sie vielleicht mal geglaubt hat. Vers 8. Die Speise aber uns keinesfalls nahe bringt zu dem Gott. Weder gewiss demnach, wenn etwa wir es mögen, wir Überfluss haben dadurch, noch wenn etwa nicht wir essen mögen, wir Mangel leiden. Es geht jetzt erstmal um das Ei. Was sollen wir denn essen? Was sollen wir trinken? Und ja, wie sieht es denn nun aus? In den Nationen, Völkern ist natürlich alles ein bisschen schwierig. Und da kann jetzt keiner sagen, ja, ich habe jetzt die Dinge erkannt und deswegen, wenn ich jetzt das Götzenopfer so esse, dass es mir erlaubt ist, ja, dann bin ich Gott näher als vorher. Das stimmt nicht. Daran ändert sich nicht. Du bist vielleicht satt, gesättigt durch diese Dinge, aber du hast dich dadurch nicht nahe zu Gott gebracht. Und der diese Dinge nicht isst, der hat sich denn auch nicht von Gott entfernt dadurch. Es geht hier nur ums Essen. Ja. Weder gewiss demnach, wenn etwa wir es mögen, also haben wir dadurch jetzt einen Überfluss? Ja, oh, jetzt haben wir gegessen. Hier fähig ein Überfluss an Sättigungsgefühl, aber auf Gott bezogen ändert sich nichts. Ja, es hat keinen Unterschied vor Gott. Noch wenn etwa nicht wir essen mögen, wir Mangel leiden. Ja, oh, jetzt haben wir es nicht gegessen und jetzt, wenn wir richtig Nachteile haben, die anderen wären jetzt alle gesegnet und ich nicht. Nein, das macht Paulus klar. Wenn es hier ums Essen geht, das ist nur für dich und dein Wohlgefühl. Damit kommst du Gott nicht näher und entfernt sich nicht von Gott und du hast dadurch keinen Überfluss und du hast auch keinen Mangel, wenn du es nicht machst. Vers 9. Hütet euch aber nicht etwa, die eure Vollmacht. Jetzt geht es um die Christen, die Erkenntnis haben über das Götzenopfer, also gut damit umgehen und sie haben eine Vollmacht dadurch, weil sie im Glauben stark sind. Diese zum Anstoß zu Sünde möge werden den Schwachen. Ja, wie im Römerbrief auch. Ja, die Schwachen, die essen nur Gemüse, die haben mit Fleisch und Kornprodukt nichts am Hut, weil das sind ja Dinge, die den Göttern geopfert werden. Gemüse wird nicht Gott geopfert. Gott ist kein Tier. Vielleicht den Götzen Tieren, da hat man vielleicht auch Gemüse geopfert, vielleicht, wobei es auch eher wahrscheinlich selten in der Welt vorkam. Ja, weil das Gemüse laut der Bibel ist ja was für Tiere. Ja, so Kraut und so. Aber diese Dinge wie Obst, wobei auch Obst jetzt nicht klar genannt wird, aber scheinbar auch, sonst würden die Leute ja Obst essen anstatt Gemüse, wenn sie schwach sind. Ja, also auch das möglicherweise, Obst, Getreide und Fleischprodukte, das sind Dinge, die den Göttern geopfert wird, auf den Altheren und den Altgöttern. Und hier gibt es halt die Schwachen, die, wie gesagt, die machen das nicht, die essen diese Dinge nicht, wenn sie unter die Nationen Völkern leben, weil sie Sorgen haben, oh, Götzen darf man nicht, oh, es gibt große Probleme, die Götter machen ein Problem oder wie auch immer die Herren. Ja, und so muss halt der, die Erkenntnis hat, darauf achten, damit, dass er mit den schwachen Glaubensbrüdern oder Schwester ordentlich umgeht, ihm keinen Anstoß zur Sünde geben würde, wie zum Beispiel hier ist, und der sagt, aber das ist doch Götzenopfer, egal, es ist trotzdem, wir sind Christen. Dann macht sich der Christ hier auch mit der Erkenntnis schuldig. Er sündigt auch, der Hodenkrebs steht dann auch bei ihm vor der Tür, nicht nur bei dem, der es dann ist. Vers 10, wenn etwa gewiss dem nach irgendeiner ermöge wahrnehmen, dich, also da ist ein Christ, es geht wahrscheinlich um Christen, man könnte auch alle Menschen näher nehmen, die keine Christen sind, aber hier geht es um einen Christen, der einen schwachen Glauben hat, der sich damit nicht so auskennt, mit Götzenopfern. Wenn etwa gewiss dem nach irgendeiner ermöge wahrnehmen, dich, den habenden Erkenntnis, also der, der schon klug genug ist, über falsche Götzen, deswegen steht das hier in Klammern, im götzischen Bereich sozusagen, das könnte ja Tempel sein oder irgendwie so ein Götzen, Götzen, Fleischmarkt, Altar, was auch immer. Also im götzischen Bereich, da wo die Götzengüter, Obst, Korn, Fleisch rumliegen, verkauft, angeboten werden, dich da niederliegend, dich da vorfindet, zu essen, diese Dinge, keinesfalls, dass sein Gewissen schwachseind, er wird bestärkt werden hinzu, dass die Götzenopfer zu essen. Aber wenn der Peter das kann, dann kann ich das auch. Dann ist das ja doch nicht so schlimm, Götzenopfer zu essen. Aber der eine hat es erkannt und macht es mit der Vollmacht richtig und der andere hat es nicht erkannt und denkt, er kann es jetzt auch machen, aber er hat Schwachheit im Glauben, das Verständnis gegenüber Götter, Götzen, was auch immer und Herren und ist es dann aber als Götzenopfer, was der andere, der Peter nicht macht. Ja, das ist dann das Problem, weil du möglicherweise die Rücksicht nicht auf deinen Bruder genommen hast, der in deiner Umgebung ist und schwachen Glauben hat. Vielleicht weißt du auch von demjenigen, deswegen muss man da aufpassen, dass man halt dort oder damals vor allem auch aufpasst, wie man mit diesen Dingen umgeht, die in Tempeln und geheiligt werden am Altar der Götzen, Heidenvölker oder geopfert wird an Fleisch und Kornspeisen, wie auch immer. Ja, Vers 11 Und geht es um denjenigen, der schwachen Blauen ist und wird umkommen, also der stirbt dann auch, also er wird ein riesengroßes Problem haben, wenn er als Götzenopfer ist, ja, und wird umkommen, der schwache Bruder, über der deine Erkenntnis, also wegen deiner Erkenntnis und wie du damit umgegangen bist, stirbt jetzt der Bruder, weil er dachte, ja, der ist ja auch Götzenopfer, dann darf ich das auch. Um dessen Willen, welchen Christus starb. Ja, jetzt ist er auch gestorben, wegen dem Götzenopfer, oder wird sterben, und du trägst dann schon eine Schuld daran, weil du darauf nicht geachtet hast, mit Liebe dem Bruder nicht begegnet bist, sondern mit aufgeblasen, ja, hat er ein Pech gehabt, glaub doch an den Scheiß mit den Götzen, dann wäre ihm das nicht passiert, dann hätte er jetzt das Götzenopfer da essen können, ohne dass ihm was passiert. Ja, Vers 12. So also aber sündigt ihr, also die mit der Erkenntnis, an den Brüdern und schlagt ihr das schwache Gewissen, damit versündigt ihr euch an Christus. Ja, also, Christus sagt, liebe deinen Nächsten, ja, die Bruderliebe und so weiter, und dir ist das egal, ob es das geht um deinen Bauch, jetzt gibt es hier was zu essen und vielleicht kostet es ja nichts und jetzt bietet es sich eine Möglichkeit an, obwohl du weißt, das sind die Glaubensschwestern und Brüdern und die sind schwach im Glauben und die könnten jetzt da Probleme bekommen. Ja, wohl weißt, sie haben ein schwaches Gewissen, schwachen Glauben, ja, beflecktes Gewissen, weil sie halt vielleicht Ex-Ex-Hinduisten sind oder so, ja, aus der heutigen Zeit. Deswegen, wenn eine Speise ein Anstoß zur Sünde wird, hier geht es jetzt, wie gesagt, um Rindfleisch, reine Tiere, die aber, wie gesagt, geopfert wurden unter den Nationenvölkern, Opferfleisch. Ein Anstoß zur Sünde wird, den meinem Bruder, ich glaube, viele, dass es hier um Schweinefleisch geht, das ist natürlich alles Quatsch, das ist aus dem Kontext gezogen, aber das sagt ja Petrus schon, dass die Briefe des Paulus schwer zu verstehen sind an vielen Stellen, ja, und dass es deren denn auch zum Untergang führt, wenn sie meinen, Paulus hätte hier jenes und jenes erlaubt angeblich. Hier geht es jetzt, wie gesagt, kontextbezogen um Götzenopfer, denen meinem Bruder keinesfalls überhaupt nicht möge ich essen, vielleicht das Teil eines Opfers war. Oder Götzenopfer in Klammern. Ja, also er sagt, wenn es so ist, ja, dass da jemand zu Fall kommen könnte, der dann sündigt, esse ich lieber nicht vor diesen Brüdern Fleisch oder schau, dass ich das, immer wenn ich das kaufe oder esse, dass da keiner dabei ist, wo ich weiß, der ist schwach im Glauben. Deswegen überhaupt lieber das nicht essen, das Fleisch, Teil eines Opfers, sondern einfach auf den gemeinen Fleischmarkt gehen und dort einfach Fleisch kaufen, auch wenn es da teurer ist, wie auch immer, ja, sagt sich, Paulus würde er lieber so vorgehen in solchen Situationen, als mit dem Bauch vollzuschlagen und nie mehr stirbt der Bruder, weil ich ihn dort einen Fallstrick gelebt habe, einen Anstoß gegeben habe zu Sünde. So, bis zur Ewigkeit würde Paulus sagen, gibt es halt kein Fleisch mehr. Dass nicht den mein Bruder ich ein Fallstrick sein werde, wie ich es gerade auch gesagt habe, ja, also sonst kriegst du die Probleme und er hat die Probleme, ihr beide kriegt die Probleme am Ende, ja, du wegen deinem Egoismus, weil du an den Bauch gedacht hast und deinem Glauben und Gewissen aber eigentlich nichts erkannt hast, wie Gott es vorher sagte, ja, und das sind halt Dinge, die hier, ja, in Betracht gezogen werden müssen, wie man mit Götzenopfer, fremden Göttern, außerhalb der Bibel, geopferten Speisen, Fleisch, Korn, Wein, was auch immer, Obst, umzugehen ist, wenn man sich da unter Gläubigen befindet, unter anderem, ja, so mein Lieben. Das war Kapitel 8, wenn ihr dazu noch Fragen habt, ihr findet Informationen dazu auch im Informationsbereich, ihr könnt im Kommentarbereich noch was schreiben, wenn ihr da noch irgendwelche Anmerkungen habt und zu Gott will, sehen wir uns dann im nächsten Kapitel 9 dann. Shalom.